Ich habe sie immer eine Aufnahme oder Video, also eine Aufnahme gehört und ein Video gesehen und dann, ach, es war so toll. Sie arbeitet sehr intensiv und mit sehr viel Spannung und sie ist, was ich sehr genossen habe, gerade wenn man singt, wenn man gestaltet, ganz, ganz intensiv bei einem. Sie ist sehr candid in ihrer Opinion, so sie will tell you exactly what she thinks, about how you sound, your diction, your expression. So, it's great, and she has so much experience and she's such a wonderful artist, that to have her Opinion and to have her Input is very special. Der Anfang gefällt mir nicht, dass sie eben eigentlich weiter singen und nicht anfangen, sondern du. Es ist einfach, dass sie singen einfach weiter und es ist schlecht, wenn es so viel Vibrato ist. Dieses Du bist, Du bist, kommt trotzdem Vibrato, aber am Ende, nicht vom Anfang an. Und dass sie erst einmal sozusagen nicht den Atem, sondern den Odem sozusagen als Teppich legen und auf dem. Das Lied hatte früher ein viel größeres Gewicht und ist eben vor allem durch Dietrich Fischer-Diesgau, den Heiligen des deutschen Liedes. Der hat das, sagen wir mal, auf eine so hohe Ebene gehoben. Und der Liederabend damals in Berlin, ich bin ja nur in Berlin aufgewachsen, wenn Fischer-Diesgau einen Liederabend gab, war das ein Ereignis. Das war kein Event, das war ein Ereignis. Man wollte ihn einfach hören. Diese Sehnsucht, die man hatte, diesen großen Künstler zu erleben, da kann keine Schallplatte und keine Fernsehsendung und gar nichts oder YouTube oder was es heute gibt, kann da gar nicht mithalten. Die Triole hinkt. Silbernes Licht, weißt du, so ein bisschen ölig. Meeren Sie rum, nicht so schnell singen. Ja, da, 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 richtig gequält. Ja, lange Triole. Soll ich so machen. Na klar. Der Mond goss silbernes Licht, über dein Angesicht. Zu wenig Stimme. Sie machen über, ich brauche einfach schönen erotischen Klang. Beim Liederabend ist so viel anzubieten, an Ausdruck, dass man sich mit dem Publikum hinter das Abenteuer eines Liedes stellt. Und das gesamte Drama eines Liedes, ob es eine glückliche oder unglückliche oder nachdenkliche oder bedenkliche Situation ist, die muss man anhand seiner Sprache, seiner Farben, man braucht sehr viel verschiedene Farben, um das Lied interessant zu gestalten. Ah, jetzt kommt noch ein Lied. Die Laune ist so still, er wirft ein Tuch zu ihr, denn er wirft sein. Wirft. Ja, es muss werfen, im R fällt das Tuch runter. Die Arie ist okay, weil die Musik ganz einfach führt, führt das Text. Aber die deutschen Lieder, ich glaube, das Text führt die Musik. Also ich muss immer, das Text, das Text ist so, so wichtig. Zum Beispiel gibt es nur ein Husch am Ende des Feuerreiters und danach, da fällt es in Asche ab. Wenn man natürlich dieses Husch ausgestaltet, dann spiegelt das, dass es in Asche abfällt, in diesen Konsonanten, in diesen Lauten auch wieder da. Man lässt sich nicht so sehr, als Sänger nicht und im Idealfall als Publikum auch nicht, nicht so sehr irgendwie von einem Schwall von Wohlklang, Lautstärke, was weiß ich, überrennen. Und genießt das natürlich, weil das toll ist und intensiv ist, sondern im Idealfall trifft einen das auf einer anderen Ebene. Die, die dann, wenn es gut gemacht ist, viel farbigere Gefühle noch hervorbringt. Ja, jetzt ist die schöne Oper zu Ende und die Leute geht zum Champagner. Gelassen stieg die Nacht die Nacht ans Land Dass sie wirklich an sich selbst erfahren, was ist singen. Und dass man, wie ich vielen sage, in ihnen steckt viel mehr, als sie mir jetzt hier anbieten. Aber sie wissen nicht, dass wie, und da liegt der ganze Unterschied, wie die Marschallin sagt, im Rosenkavalier, dass man eben den Unterschied den Leuten bewusst machen muss. Sagen, so singen sie jetzt, sie können aber durch die und die technische Griffe, können sie es verbessern. Und vergrößern und erweitern und erweichen und bezaubernder machen. Und alle diese Stimmungen. Das die Leute ja auch wissen wollen, weil ich da also groß predige, was ist Lied? Lied ist die Umsetzung unter in Klang gewordenem Gedanken des Menschen. In allen Situationen des Lebens. Ob Liebe und Verzweiflung. Einer ist durch die Winterreise durchgelitten und einer hat Frauenliebe und Leben nicht erfahren. Also darum ist es das. Wenn was ist, machen wir nochmal. Die Leute sind selig. Da sie gestehen, die Lebensblut, schlauelt es sich durch die Wangen. Die Wangen offen an, was der Heil, was der Blut, was der Heil, was der Blut. Die Wangen offen an, was der Heil, was der Heil, was der Heil, was der Heil, was der Heil. Da habe ich unglaublich viel mitgenommen, was die Interpretation angeht. Was die Gestaltung angeht, was die Farbenvielfalt angeht. Was es noch für Möglichkeiten gibt, verschiedene Farben anzuwenden. Aber auch für, ich habe auch viel mitgenommen, was die Stimmkultur und die Klangkultur angeht. Und man merkt manchmal auch erst in ein paar Wochen, in ein paar Tagen, in ein paar Jahren, ah ja, das war das, da hatte ich doch schon mal einen Haken drin. Oder die, das hat mir doch hier jemand gesagt. Oder man entwickelt das weiter. Also man kriegt ja einen Haufen von Informationen und von Erfahrung, wird sozusagen auf einen abgeladen. Und dann die Stücke, die jetzt passen und die besonders wertvoll sind, die muss man sich dann auch nochmal sortiert raussuchen. It's been so wonderful for me to have access to this kind of information, because now I can take it back, take it home with me. And now I know, when I work on any German repertoire, the operatic repertoire and the Lieder repertoire, that I have a lot of really hard work to do. Ich versuche eben, meine Sänger so weit zu kriegen, dass jedes Lied, das sie singen, ein Ereignis wird. Natürlich muss eine Persönlichkeit dahinter stehen. Und diese Persönlichkeit muss sich erst bilden durch die Lebenserfahrungen, durch die Lebensdemütigungen und die Stürme, die man hat. Fischer-Diesgau hatte es schon mit 26. Aber das ist eine ungewöhnliche Sache gewesen. Aber die Stürme des Lebens und dieses Bewusstwerden der Herrlichkeit des Lebens, das kann man erst nach einigen Jahren einbringen. Was geheim im Herzen ruht Und die Wangen auf den Wangen Was geheim im Herzen ruht Und die Stürme des Lebens und dieses Bewusstwerden der Herrlichkeit des Lebens und dieses Bewusstwerden der Herrlichkeit des Lebens.